Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch ein Thema, dass ich so auf meinem Kanal schon hatte, nur allerdings dieses Jahr sich etwas geändert hat. Ihr kennt es vielleicht, oder ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, ab dem 18. April 2017, also ab heuer, hat sich in YouTube grundsätzlich das Monetizieren geändert. Heißt auf gut Deutsch, das Geld verdienen mit YouTube ist ein bisschen schwerer geworden, wie es noch zu meinen Zeiten war. Und zwar braucht man jetzt für den ganzen Kanal 10.000 Aufrufe, ist doch ganz schön viel für kleine YouTuber, vielleicht relativ schwer zu erreichen. Ja, solltet ihr dennoch erreicht haben die 10.000 Aufrufe auf dem Kanal, dann ist es ganz einfach, Videos zu monetisieren, Werbung einzubinden, anschließend damit Geld zu verdienen. Ihr klickt ganz einfach, wenn ihr auf euren Kanal seid, auf Video Manager, dann auf Kanal. Dann seht ihr hier euren Kanalnamen, eventuell euer Kanalbild, Logo. Klickt einmal auf Bestätigen. Ihr könnt jetzt auswählen, ob ihr eine automatisierte Sprachnachricht erhalten wollt oder einen Bestätigungscode per SMS erhalten wollt. Ihr wählt ein von den zwei aus, davor aber bitte noch euer Land. Je nachdem, was ihr halt auswählt, müsst ihr dann eure Telefonnummer eintragen und eben senden. Ich mache das Ganze jetzt nicht, weil ich habe ja schon einen Kanal mit dem ich das bestätigt habe. Habt ihr das gemacht und den Code eingeben oder je nachdem, die Sprachaufnahme, Sprachnachricht eingefügt habt, den Code, dann sieht das Ganze wie bei mir aus, Partner bestätigt. Ihr braucht dann noch ein AdSense-Konto, ganz einfach. Ihr klickt eben auf Jetzt registrieren, auf dem ganz normalen AdSense. Wählt einen anderen Kanal aus oder beziehungsweise euren Kanal. Habt ihr euren Kanal ausgewählt, dann müsst ihr natürlich noch eure Kontaktinformationen angeben, Alter etc. etc. Habt ihr das Ganze gemacht, habt ihr eben hier bei Monatisierung ein verknüpftes AdSense-Konto, das ihr dann natürlich auswählen müsst. Das Ganze sieht dann natürlich so aus. Ihr könnt es dann auch später je nachdem ändern. Und ja, an dieser Stelle war es eigentlich schon. Das sind die grundlegenden Informationen. Ihr könnt auch noch parallel dazu mein anderes Video anschauen, mit eben den anderen Werbung, wie es früher war. Vielleicht fiel, dass ich mich geändert, bis eben auf diese ein paar Kleinigkeiten. Und an dieser Stelle grüße ich noch jemanden, der unbedingt gegrüßt werden wollte. Das ist der Kanal JelenaStyle04. Schaut mal bei ihr auf dem Kanal vorbei, es gibt echt schöne Videos. Link dazu natürlich unten bei mir in der Beschreibung, wie immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, frohes Gelingt, viel Spaß mit eurem YouTube-Kanal. Viel Erfolg, viele Abonnenten. Sollte es Fragen geben, schreibt mir einfach eine Nachricht. Oder einen Kommentar in den Videos. Und ciao, bis zum nächsten Video.